Yo, hi Leute, zurück zu einer neuen Folge von Minecraft QuickJoin. Yo, liebe Leute, ich mach mal wieder eine QuickJoin-Folge, weil es haben echt viele Leute gefragt, wann das nächste Mal wieder QuickJoin gemacht wird. Ja, und heute ist das nächste Mal. Ich mach's ja immer spontan und denk mir grad so, what the fuck sind hier viele Leute am Start, da mach ich doch mal schöne QuickJoin-Folge raus, falls ich draufkomme. So, fangen wir direkt mal an hier, nicht so lange labern. Ich will ja auch mal sehen, was die Leute so auf ihren Servern so treiben. Interessiert mich schon sehr. Wie immer war QuickJoin, das ist ja auch eine Überraschung für mich. Mit dem Host verbinden. Oh mein Gott, ist das hier dunkel. Was ist das? Ach, eine Spinne ist das denn? Ja, sicher. Ich werd bestimmt gleich sofort getötet hier. Ja, das sieht ja auf jeden Fall sehr friedlich hier aus, muss ich sagen. Einen Schwimmert haben wir auch hier. Aber irgendwie weiß ich nicht, wo ich bin. Oh, es wird hell. Vielleicht sollte ich mal da hinten auf den Berg klettern, um mal irgendwie zu schauen, was überhaupt in der Umgebung abgeht. Wer ist denn eigentlich, wo bin ich denn drauf hier? Bayran. Bayran, dich kenn ich doch auch. Du warst doch schon mal bei irgendeinem von meinen Projekten dabei. Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, ob das Main City 2 war. Na, Schaf, alles klar. Und Schwein, seid ihr auch so alleine wie ich? Guck mal, jetzt können wir eine Gang gründen. Zwei Schweine, ein Schaf und ich bin ein Fuchs. Da. Alter, wie viele Tiere sind denn generell hier? Spinne, lass das sein. Ja, du willst Beef? Verteidigt mich, Schweine. Greift an. Ach, was seid ihr da für eine Gang? Ich dachte, ihr beschützt mich. Das kann doch nicht sein. Ey, wir sind doch eine Schweine-Gang. Guck nicht so. Komm, hilf mir. Alter, jetzt, hilf mir. Komm, spring drauf. Alter, ich werde dich von einer Spinne attackiert. Das gibt's doch nicht. Screen-Fan stirbt von der Spinne. Alter, ich hab dir nichts getan. Hier, nimm mal zu fressen. Alles klar, ich hau ab. Guck mal, meine Gang verzieht sich hier auch. Das ist ja eine tolle Gang. Schon kommt der erste Angriff. Helfen sie mir nicht. Nice. Komm, ich stürz mich lieber in die Schlucht, bevor ich hier von der Spinne abkratze. Geronimo. Ja, das war ja auf jeden Fall mal hoch. Jetzt kommt die Spinne bestimmt rein. Wo ist die Spinne? Alter, die wartet da oben. Hau ab. Hau ab. Guck mal, die sieht mich nicht. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Komm, dann verlassen wir mich schnell. Jau, das war ja eine richtige epische Map. War leider nicht so viel los. Bei treten Buddha-Plauze. Der Buddha hat eine Plauze. Dich kenn ich auch schon ein bisschen länger, Buddha-Plauze. Läuft bei dir, ne? Oh mein Gott, wieder überleben. Oh nein. Ach, da ist doch was. Ich hab gedacht, ich... Alter, wo bin ich denn? Was ist das hier? Ach, hi. Ey, der Skin sieht cool aus. Gefällt mir irgendwie. Ich glaub, das ist einer vom 9-Skin-Paket wahrscheinlich. Kenn ich gar nicht. Ah, cool. Danke fürs Überleben. Äh, fürs Kreativsetzen. Da hinten, unten sieht aus wie so ein Spawn. Da hinten haben wir ein Dorf. Oh Gott. Da hinten sieht das ein bisschen aus wie Bedwars, glaub ich. Ah, der macht hier so einen kleinen Server. Was das hier wird, weiß ich nicht ganz genau. Zeig mal. Naja, was hast du geschrieben? Autogramme gebe ich jetzt eigentlich nicht, aber wir gucken mal trotzdem drauf. Hi. Äh. Plays hier. Ja. So ein schöner Spawn eigentlich, ne? Schön. Wir können ja mal gucken. Komm, ich stelle mich jetzt mal hier schön in die Mitte. Oh, das sieht doch mal nice aus hier. Was haben wir denn überhaupt hier dran stehen? Ach, bestimmt Bedwars heißt das, ne? Ja, Bedwars hat er hier. Ah, der baut einen ganzen Server. Nice. Ist auch immer interessant für Leute, die da zuschauen, wie ihr gerade, wenn ihr irgendwie Bock auf sowas habt, Bild, UHC, okay, dann könnt ihr nämlich sehen, was die Leute hier machen. Dann könnt ihr vielleicht hier mitspielen. Online. Oh, online ist falsch geschrieben. Onaline. Oder wird das so geschrieben? Aber das Online, was ich kenne, wird nicht so geschrieben. Da ist das eh zu viel. Ja, wahrscheinlich check ich das wieder nicht. Vielleicht ist das doch irgendwie so ein Spiel, das so geschrieben wird. SW. Äh. Survival-Welt? Oder was soll das heißen? Denke ich mal, ne? Da hinten, da oben hat er auch noch was hingebaut. Schön, die Inseln. Ich denke, für Bedwars ist das. Aber wir verlassen jetzt erst mal. All zu viel habe ich jetzt nicht gesehen, was ich so zeigen kann oder was mich interessiert. Catwoman. Ah, nice. Lass mich drauf, ich bin ein Batman. 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 Oh Gott. hier ist, irgendwie, weißt du, mal kaputt gegangen, würde ich mal behaupten. Was haben wir denn hier überhaupt? Miau! Alter! Soll die Welt wirklich Miau heißen? Da passt dein Name ja. Catwoman mal richtig zu. Alter, Miau. Ist das da Lava etwa drin? Ich tippe mal auf Lava, ne? Ja, tatsächlich. Eigentlich nicht schlecht gemacht mit diesem Lava. Vom Stil sieht das ganz cool aus. Miau, Alter. So, wo ist denn unsere Katze? Ich glaube, ich fliege mal in diese Richtung. Da scheint irgendwas zu entstehen. Alter, Miau, Alter. Keep clear. Hi, Miau. Was geht ab bei dir? Ah, hi, Catwoman. Bist du wirklich eine Frau? Kann ja sein, ne? Ich weiß gar nicht, wer das ist. Warte mal. Ich muss sie mal kurz was fragen. Ich frage sie mal, ob sie mich überhaupt kennt. Aber ich tippe mal schon. Weil warum sollte man mir eine Freundesanfrage schicken, wenn man mich nicht kennt? Aber interessiert mich doch mal. Ich kenne die jetzt nicht so wirklich vom Namen. Die kennt mich nicht. Ach, wie geil. Warte mal. Ist ja lustig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich schreibe ihr mal meinen YouTube-Namen hin. Ja, deswegen. Ich habe sowas schon ein bisschen geahnt, weil mir sagte das auch nichts. Habe ich richtig geschrieben, ja. Aber die hat übrigens das schöne Stadttext. Oh, da hinten geht es ab. Oh mein Gott. Hier können wir, glaube ich, einiges gleich mal abchecken. Ah, den Big Ben. Kommt da nicht noch so eine Spitze oben drauf beim Big Ben? Ich glaube schon, ne? So, Catwoman. Lass deinen Bleistift mal schneller kreisen. Ich will gerne mal weiter gucken, was du hier so schönes treibst. Catwoman, lass mich doch in deinen Kopf rein. Guck mal. Ich habe jetzt einen Anzug an, Catwoman. Übrigens, ich bin heute Catwoman. Ich bin heute nicht Screenfun. Oder Omikron 2000. Warte, die braucht aber auch lange zum Schreiben. Was passiert mit meinem Gesicht? Ich habe Haare im Gesicht. Oh, jetzt bin ich wieder rasiert. Rasiert? Oh, ich wollte gerade was machen. Okay. Ist das, du freu bist du mir, aber ich weiß nicht, wer du bist. Ah, okay. Ich habe die Hälfte verstanden und die andere Hälfte mal nicht. Komm, wir schauen mal hier. Catwoman. Noch eine Catwoman ist hierbei. Alter, jetzt geht es hier aber gleich ab. Jetzt gibt es gleich Katzenbeef oder was. Ja, jetzt kommen sie alle hier rein. Das kann doch kein Zufall sein, bestimmt, weil ich hier drauf bin. Voll arrogant, voll abgehoben. Und die hat aber echt einiges hier am Start. Doch schon eine größere Stadt. Habe ich jetzt nicht so gedacht, so wo ich gerade da am Spawn war oder was das war. Ich weiß es nicht. Mit diesem Miau. Der Tower sieht fast aus wie mein Tower da, aber kann auch so ein bisschen ähnlich sein. Obwohl, hier stehen schöne Häuser. Das sieht auch schön aus, das Apartment. Oh mein Gott, hier gibt es viel. Oh, hier, was ist das denn? Der beste Skin ever. Passt auf. Der beste Skin ever. Was ist denn das für eine? Die sieht aus wie meine ehemalige Lehrerin. Eigentlich müsste ich da jetzt ein bisschen TNT reinmachen. Weg damit. Aber sowas tun wir nicht. TNT wird Screenfall nirgendwo verlegen. Ich bin doch kein Griefer, Alter. Was sind das für epische Autos? Oh, die kann man ein bisschen besser bauen. Catwoman, wenn du das siehst. Wer bist du denn? Spider-Man? Alter, hier geht es ja richtig ab. Voll die Marvel-Welt. Catwoman, wenn du das siehst, schau mal in meine Tutorial-Playlist rein. Fahrzeuge, da findest du so viele Autos. Ich glaube, da sind ein paar bisschen bessere drin. Nichts gegen deine Autos, aber die kannst du noch viel schöner bauen. Viel detaillierter. Okay. Alter, fettes Flugzeug. Das gucke ich mir mal an. Hier gibt es aber viel zu sehen. Schön. Ich bin mal gespannt. Das ist nicht so einfach, so die Spitze hinzukriegen von so einem Flugzeug. Dann jetzt dreh ich mich um. Ja, ich habe schon mal schlechtere gesehen. Doch, passt schon. Okay. Boah, hier gibt es so viel. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin oder wo ich angefangen habe zu gucken. Krankenhaus haben wir da rechts. Hospital. Was ist das denn? Fernsehturm. Das sieht aus wie von Berlin, der Fernsehturm. Ja, ist doch schon recht viel gebaut. Habe ich jetzt nicht gedacht. Haben wir hier einen Düsenjet? Okay. Warum hat der denn hier einen Erdklumpen? Alter, kann der Erdklumpen schießen? Der ist doch aus meinen Tutorials. Der ist doch aus meinen Tutorials. Den habe ich doch gebaut. Catwoman, das kannst du mir nicht erzählen. Du musst mich kennen. Das sind mir doch so viele Zufälle. Guck mal da, zwei Ostereier. Ist ja bald Ostern. Hoffentlich bringe ich die Folge noch vor Ostern raus, sonst wird das peinlich. So, was geht ab, Leute? Ich hau jetzt ab hier. Wollt ihr mir noch irgendwie ein Geschenk geben? Hey, Piotr, dich kenn ich doch. Hi. Ja, ich würde mal sagen, zischen wir erst mal wieder ab hier. Auch wenn hier sehr viel zu zeigen ist, aber ich wollte ja auch noch die anderen Maps annehmen von den anderen Leuten. Daniel Bruckner. Hä, waren wir da nicht schon drauf? Irgendwas sagt mir der Name. Kein Plan. Erst mal. Okay, alles klar. Oh, bitte, hoffentlich fangen wir jetzt nicht wieder diese Minecraft-Bugs an. Dreamer. Dreamer. Jetzt gehen wir mal erst zum Träumer hier. Okay. Wahrscheinlich ist das ein Horrors, wo ich hier drauf bin. Ich meine, diese Anzeigen links, das ist viel zu heftig. Komm, wir fliegen mal hier hin. Ich habe nämlich das Gefühl, ich werde gleich gekickt. Ich weiß nicht, warum. Okay, auf dem fetten Haus waren wir gerade. What the fuck ist das denn? Hä? Was soll das denn sein? Ist das ein Skin? Das sieht aus wie das Kack-Emoji so ein bisschen. Sorry, aber irgendwie. Oder wie ein Fallschirm. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Was habe ich da hinten gesehen? Ein Herz? Habe ich da wirklich ein Herz gerade gesehen? Ja, tatsächlich. Hier ist ein Herz. Ah, guck mal, Leute. Das ist für euch. Das Herz. Schön aus Hebeln. Das ist das Hebelherz. Was sind hier denn so für verrückte Sachen gebaut worden? Was geht denn hier ab? Äh, darf ich mal hier raus? Oh, jetzt komme ich hier nicht raus, Alter. Hä, kann man die, die kann man doch hoch? Warum kann man die nicht hoch? Ach, wie dumm. Eigentlich kann man die doch immer hochklappen. Irgendwie habe ich das, ach, kann ich überhaupt was machen? Warte mal, ich habe überhaupt keine Rechte, oder? Ah, ja, ja, ich habe keine, keine Rechte. Ich wollte doch sagen, ich bin doch nicht zu doof, jetzt irgendwie diese eiserne Falltie oder hölzerne, hölzerne Falltie ist das ja in dem Tech-Shot-Pack hochzumachen. Alter, niedlich. Was ist das denn, die größte Zoo ever? Aber sieht cool aus mit den Mauern, das gefällt mir gut. Was haben wir noch hier? Komm, wer ist denn das da hinten? Da sind doch zwei Spieler. Hier, kommt mal hier hin. Komm, wir treffen uns alle beim Kack-Emoji. Kommt alle zu mir, meine Freunde. Na, ihr wollt einen Pimmel bestimmt. Na, ihr wollt ja bestimmt bauen. Hey, was geht ab bei euch? Hört auch damit. Es wird sowas nicht auf der Map gebaut. Hi, Visitor, Besucher. Ja, bist du Dreamer? Doch, dich kenne ich irgendwo her. Hi, was geht ab? Guck mal, der bohrt da hinten erstmal Pimmels. Wahrscheinlich, weil er selber keinen hat. Bauen sie das da hinten jetzt ab? Auf jeden Fall. Ey, was geht ab? Oh, yo, gib her. Hier, Rosenmontag. Gib mir die ganzen Süßigkeiten her. Oh, danke. Danke, ich mach mit. Yeah. Wir machen hier die Smaragdenschlacht. Ah, bevor das hier nochmal eskaliert, würde ich mal sagen, zischen jetzt mal ab hier. Tschüss, meine Fans. Bis zum nächsten Mal. Aber ein interessanter Map irgendwie. So ein bisschen skurril, ein bisschen abgefahren irgendwie. Wer ist das denn? Ant-Man? Ne, Ant-Antwan. Hello, my name is Antwan. Ich bewerbe mich hier als Minecraft-Spieler. Wo ist denn der Antwan? Wie hieß der? Antwan. Antwan. Komm her. Da ist Antwan. Antwan? Warum kannst du schweben und ich nicht? Das ist doch hier. Geht doch mal gar nicht. Gib mir mal rechte. Ich kenn dich gar nicht. Alter, was hast du denn für einen krassen Skin? Komm mal runter. Komm her. Komm her. Ich will mir heute mal deinen Skin angucken. Alter, was hast du denn für einen krassen Skin? Hä? Voll bunt? Ich kenn den auch nicht. So. Ich frag ihn mal, ob er mich kennt. Ich weiß nicht, wer das immer ist hier alles. Ich glaube, der kennt mich auch nicht. Hier, Antwan. Komm her. Hä? Zombie? What the fuck? Ach, das sind auch immer neue Spieler. Ja, ist klar. Er hier. Antwan. Ich weiß nicht, ob er mich kennt. Okay, cool. Daniel Brückner ist beigetreten. Ach, die kennen sich alle. Ach, das ist ja eine Minimap hier. Was ist das hier? Ist das ein Fight Club hier? Ja. Komm, ich verschenke mal ein bisschen was. Ich kann nicht einfach hier auf die Map kommen und nichts verschenken. Hier. Was haben wir denn überhaupt da? Was sind denn das? Hier, Magma Creme. Cremt euch alle ein hier. Ist das heiß? Hier. Ah, so. Alles für euch, meine Fans. Ciao mit V. Ja, läuft ja gerade ganz gut, ne? Aber immer wenn ich das sage, dann klappt es meistens nicht. Fabian. Mal gucken, ob jetzt Quick-Joint beendet werden muss, weil ich nirgendwo mehr auf den Server komme. Meistens schaffe ich mal so sechs, sieben Server so und dann war es das. Oh, geil. Läuft aber. Ich komme auf den nächsten Server drauf. Ich bin hier so an so einem Spawn, wollte ich gerade sagen. Ja, ist wirklich ein Spawn, ne? What the fuck? Ist ja nie alles passiert. Oh. Das sind aber viele Grundstücke, die noch bebaut werden müssten. Naja, geht so, aber ist schön aufgeteilt. Gefällt mir ganz gut. Hätte ich vielleicht in Main City 2 auch machen sollen, dann wäre es vielleicht nicht ganz so chaotisch. Du hast auf jeden Fall ein guter Plan, so wie du das machst hier. Wie heißt du eigentlich? Fabian. Fabian R07. Nicht CR07, R07. Okay, ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich fliege mal so nach oben. Ich gucke mir das Ganze mal von ganz oben an. Sieht bestimmt ganz lustig aus. Die ganzen Quadrate und alles. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schachbrett. Drehen wir uns mal. Wird euch jetzt auch schlecht wie mir? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen raus hier. Wir müssen weg. Aber interessant. Ist wohl noch alles so schön im Bau. Ich hoffe, Fabian, du kriegst viele gute Leute, die dir helfen oder die mitbauen. Falls du das vorhast. Hannes. Wahrscheinlich heißt du Johannes. Genauso wie Joghurt. Joghurt. Mein Name ist Joghurt. Ich komme schon wieder auf den Server. Alter, heute läuft es ja mal richtig. Oder haben die die Probleme gefixt. Das wäre natürlich episch. Weil es kommt mir irgendwie schon so vor. Hey, was geht ab bei dir? Wer bist du? Ach, Hannes. Hi. Na, alles klar. Jo. Joghurt. Hallo und willkommen in MainCity. Ach, MainCity. Was haben wir denn hier? Host Hannes. Host 2. Aloui. Und TRSR. Flo. Regeln, nicht griefen. Okay. Ach, das ist wahrscheinlich hier dann die Tafel, wo man sich dran schreibt, denke ich mal. Und hier ist ein Klo, wo man kacken kann. Bauteam. Ach, ihr seid nur zu dritt. Was habt ihr denn so schön so hingekriegt? Was habt ihr denn hierhin gebaut? Ist das das normale Texture Pack? Ja. Das ist immer so ein bisschen grell. Oh, ein Hubschrauber. Ach, das ist aus meinen Tutorials. Nice. Boah, der sieht ja noch geil aus in diesem Texture Pack. Sieht ja noch schöner aus. Der ADAC-Hubschrauber. Geil-O-Matico, Alter. Der sieht noch besser aus, als den ich gemacht habe in diesem Texture Pack. Der hat eine viel geilere gelbe Farbe. Und hier habe ich noch einen gesehen. Was ist das hier? Ach, das ist auch aus meinen Tutorials. Ach, wie geil. Der hat sogar die Kanone dran gebaut. Nice. Hannes, geil. Mein Kampfheli. Und du hast oben die Deutschlandflagge noch drauf gemacht. Ach, geil. Sieht auch gut aus in dem Texture Pack. Das freut mich. Ich mache die sonst immer in den Stadttexture Pack. Aber in dem Fall sieht es doch auch geil aus. Was hast du hier geschrieben? Ja, Quick Join. Quick Join, yeah. Was hast du denn hier noch gemacht? Oh mein Gott. Der hat den Panzer auch nachgebaut. Richtig geil. Boah, der sieht echt cool aus. Ich finde, in dem Texture Pack sehen viele Sachen geil aus. Muss ich sagen. Hat mich echt gerade ein bisschen gewundert, das normale Texture Pack. Eigentlich finde ich das nicht so geil, aber hat er doch ganz gut hingekriegt. Boah, alle geil. Die Fahrzeuge auch richtig cool. Diesen Jet, der sieht auch so ein bisschen aus, wie den ich mal gebaut habe. Ja, exakt, das ist der. Schön, freut mich. Boah, der hat auch noch ein fettes Flugzeug auch noch hier. Das sind aber schon viele Flugzeuge hier. Ach, yo. Das ist auch mein Flugzeug. Toll. Das finde ich immer cool. Nice. Jo, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf die nächste Map. Hannes? Hast du tolle Map gehabt? Okay, komm, warten wir nochmal kurz. Was schreibt da? Wollte gerade weg machen, weil er dachte, ich hau ab von der Map. Wird ein bisschen länger heute, die Quick-Jun-Folge, ne? Ist auch mal nicht so schlecht. Hannes 2207. Okay, alles klar. Du hast dein Flugzeug übrigens kaputt gemacht, ne? So, schaffen wir noch eine Map oder zwei? Oder schaffen wir jetzt gar nichts mehr hier? Das liegt ja hier am Minecraft. Spider-Man, Alter. Spider-Man? Spider-Man, Spider-Man. Schaffen wir es drauf? Natürlich. Okay, Community, Community. Wir wollen ja nicht direkt da rein. Alter, was ist denn das schon wieder? Oh mein Gott. Dann bin ich gleich tot. Hi. Spider-Man. Was geht ab bei dir? Hä, was machst du denn? Tschüss. Der hat überlebt. Okay. Ach so. Oh, scheiße. Oh. Sorry. Ich mache hier alles kaputt. Ich blöd, Mann. Ich lasse das mal lieber. Ich bin zu doof dafür. Ey, das ist doch dieses MLG-Run, ne? Hä? Ach so. Ich kann mir was rausnehmen hier. Ein Knochen. Wo ist er? Okay, komm her. Komm her. Ja, das ist doch das. MLG-Run. Nein. Okay. Er ist aber cool irgendwie. Ich finde das nicht schlecht. Macht mir auch irgendwie ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Ich bin ja nicht so ein Typ dafür. Aber in dem Fall doch, das könnte ich mir schon vorstellen. Wer haben wir denn noch hier? Ich gucke noch einmal mal kurz durch. Warte mal, war da gerade Miki-Witz? Miki-Witz. Was machst du denn so Schönes? Ey, was geht? Und haben die die Probleme endlich gefixt hier? Äh, mein Gott. Alter, voll die perverse Map hier. Alter. Das kann ich nicht zeigen hier. Ein Kackhofen. Das kann ich alles nicht zeigen. Alter. Ei, was geht ab euch? Hi. Alter, nee. Das kann ich nicht zeigen. Tut mir leid. Ich muss hier runter. Tschüss. Wir gehen aber weiter. XQ. Netzwerkfehler ist aufgetreten. Fängt das jetzt an? Gianglero. Netzwerkfehler ist aufgetreten. What? Netzwerkfehler ist aufgetreten. Jau, liebe Leute. Ich würde auch mal sagen, das war ja auch eine recht lange Quick-Join-Folge. 23 Minuten. Was? Geht ab? Das ist ja relativ selten. Finde ich richtig geil, dass wir auf viele Maps gekommen sind. Vielen Dank, dass ich auf eure Maps drauf durfte, liebe Leute. Ihr werdet dann bei Quick-Join, ja, ihr habt das ja jetzt gesehen. Genau. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Hat mir auf jeden Fall gefallen. So einige Maps, viele interessante Sachen, viele alte und auch neue Leute getroffen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich auf jeden Fall freuen. Dann sehe ich nämlich daran, wie ihr das Projekt so feiert, wie ihr das so gut findet. Und dann kann ich auch mal mehrere Folgen davon bringen, wenn ihr Bock drauf habt. So, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer ScreenFan. Ciao.